An Bord einer Rennjacht macht sich die Klimaaktivistin auf den Weg in die USA. Doch der Medienrummel und ein Mitreisender werfen viele Fragen auf. Am Ende steht die Erkenntnis, ein Flug wäre vielleicht besser fürs Klima gewesen. Klimaaktivistin Greta Sandberg bricht mit dem Segelboot von Englands Südküste Richtung New York auf und alle Welt sieht zu. Der Start der Reise wird live vom Hafen von Plimmers übertragen. Vor dem Ablegen gibt Sandberg, schon in eigens angepasster schwarzer Profisegelkluft, noch schnell eine Pressekonferenz und beantwortet Fragen zu Seekrankheit und ihren Erwartungen. Unterwegs am Anleger liegt kameragefällig die Melisia 2, die Open 60 Rennjacht des Rennsegelteams Team Melisia und wird von einer ganzen Schar von Helfern vorbereitet. Eine Traube von Reportern drängt sich um Greta, als sie Richtung Steg geht. Wohl nie zuvor wurde die Anreise einer Aktivistin zu einer internationalen Klimakonferenz der Art medial begleitet.